So, und weiter geht's. Ähm, ich soll jetzt diese Halblinge töten. Das ist ja wirklich brutal. Komm zurück. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, hat einer ein neues Schwert. Noch einer hat ein neues Schwert. Okay, weiter geht's. Ganz leise. Haha, Mass Assassination. Irgendwie lässt du das in mir den Wunsch aufkommen, mal wieder Assassin's Creed zu spielen. Obwohl mir da niemanden im Schlaf ermordet. Obwohl das auch mal cool wäre. Aber ich rede hier über das falsche Spiel. Ruhig. Ganz ruhig. Das brauchen wir schon mal nicht. Und da sind Ratten drin. Gold, Waffen, Gold und Waffen. Waffen und Gold. Ich liebe es. So, ein... Da vorne war ja dieses kaputte Rad. Und da hab ich jetzt eine der Sprossen... Als Sprossen, oder wie auch immer. Als der fehlenden Fragmente gefunden. Und dieses Fragment... Da hab ich jetzt da reingetan. Zumindest eins der beiden. Das ist zwei. Es gibt auch teilweise Missionen, wo man drei oder vier suchen muss. Wir sind eher selten. Okay, da vorne ist offen. Okay. Schön, dass es für dich ist. Okay. Äh, wo gehe ich hin? Falsche Richtung. So ein Schergenportal. Aber das brauchen wir ja nie. Weil ich ja so gut bin, dass ich die nie brauche. Na, kommt schon. Kommt her. Jetzt macht ihr mal genau, was ich sage. Okay, da runter. Hier rein. Da rein. Darüber. Nein! Ach, warum machen die immer, was ich... Geil, das ist, was ich nicht sage. Das war's auch schon. Das war's auch schon. Okay. So, du rein mal ein bisschen schneller. Oh, schneller. Ich hab schneller gesagt. Oh, da ist noch ein Bier. Los. Keiner will sich mit trinken. Keine Lust auf Alkoholvergiftung. Okay. Dann eben nicht. Gut. Jetzt benötigt ihr zwölf Stunden. Oh, es ist so. Haben wir ja schon. Die Roten kann man ja nur mit der vollen Anzahl drehen. Also 12. Okay. Dann haben wir den ersten Teil schon mal durch. Und da ist Gold. Okay. Hier ist es nochmal ein fette Ausrüstungsbonus. Alles klar. Boah. Das wollen wir ja nicht. Jedenfalls. Nicht. Wir wollen jedenfalls kein Scherr. Scherr. Kein Scherr. Oder gut oder sowas. Der Halbling ist fertig. Medium wurde gut durch. Oh, das war knapp. Alter, tanzen sie. Nicht gerade gut. Die humpeln da eher rum wie... Wie ein Walross auf Stützrädern. Ich glaube, das können sie ziemlich gut rumhumpeln wie ein Walross auf Stützrädern. So, hier sind schon mal alle tot. Das war einer richtig begeistert. Das war eine richtig. Der nächste Teil ist da hinten. Das Zentrum mache ich ganz zum Schluss. Warum hier hinten? Hier sind Ratten. Dämliche Ratten. Nein, nein. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Scherr. Okay. Nein, nicht töten, ihr Idioten! Du hast den blöden Halbling. Okay. Ich glaube, das war's. Angriff! P1 ist gefallen. Was? Nein, immerhin etwas Gold. Zwei der Schagen sind tot. Okay. Vielleicht wir respawnen die gleich mal? Und dann wird geplündert. Alles ausnehmen. Und natürlich, das liegt Gold hoch. Ich will gleich mal ein Schergen hochschicken. Komm! Ist nicht zu schwer. So. Die sind blöd. Na, geht doch. Immerhin etwas Intelligenz. Und die Zeit läuft schon wieder ab. Okay. Dann sage ich hier an dieser Stelle mal tschüss. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und wir werden uns hoffentlich endlich die Vorräte der Halblinge holen. Bis dahin! Und ich denke, wenn wir noch mal wieder ein Schergen. Und der ist schlecht. Vielen Dank.